Der Siki Park bietet Tiere in Not ein sicherstes Zuhause. Wir sind kein klassischer Zoo und unterscheiden uns insbesondere durch unsere Tierbestand. Wir züchten, kaufen und verkaufen keine Tiere und unsere Tiere kommen zu über 90% aus Tierrettungen, Beschlagnahmungen und Abgaben. Ein Jungtier wie Sanga aufzunehmen ist auch für uns als Tierrettungspark eine grosse Herausforderung und ist nur möglich, dass wir mit Marc Seilmann einen ausgewiesenen und passionierten Tiertrainer haben. Die Aufgabe ist trotzdem sehr intensiv und der zeitliche Ablauf wird von Tiger Baby und Sirenentwicklung vorgegeben.